so weiter geht's mit carbon wir holen uns jetzt noch das gebiet von im g und dann wird die bestimmt schon sauer sein ich gebe mir voll gerne mal müsste uns langsam an stufe 2 auto glaube ich können der ist noch stufe 1 hier aber wir haben ja den ex 7 dann müssen wir schauen dass wir den db9 gewinnen wir haben gesellschaft holen wir Jawohl. Nein. Ja, dann hol ich ihn doch weg da. Boah. Alter, was wollen die? In jedem verfickten Rennen sind auf einmal die scheiß Bullen hier. Boah. Hast du aber fein gemacht mit deinem Dutsch. Exotisches Spielzeug. Weißt du was? Wir sollten uns trennen, um die Kurzfahrt zu hängen. Viel Glück! Mein Wagen ist der Maimer. Ich muss aufgeben. Ich hab ihn vor. Ich hab ihn vor. Ich hab ihn vor. Wartet. Nächste Verfolgung immer. Zwei Sekunden. Wir sperren den Stadtteil ab. Aktuelle Infos folgen. Jawohl. Ja, die kann das nicht übernehmen. Solange das nicht von derselben Crew ist, können die das nicht übernehmen. Aber wir machen jetzt erstmal hier Feierabend. Hehehe. Wenn ich das TFK sonst wieder was einnimmt. Aber ich glaub, wenn wir das hier alles durch haben, das Feld, oder jetzt auch noch, dann können die, glaub ich, nicht mehr einnehmen, ne? Weil dann die Crew da selbst nicht mehr fährt. Wenn ist das aber egal, ne? Kacken die Füße. Ja, wir sind schon unter den E-Gäng. Machst du die mal übersauber. Alter, die Führer da fallen auf den Haufen. Boah, der macht mit seinem Torpedo Clio aber auch jetzt hier. Oh, die wird, ne? Machst du einfach aus, Mann! Oh, Kaktus. Ne, ich will stehe und geh erstmal holen. Du bist fast da! Bring die Kiste über die Linie! Beste Radarfall drin, immer 11 Minuten. So, dort wär's. Dann haben wir alles, ne? Dann haben wir alles, ne? Böp. Ich hab's satt, dir immer nur zuzusehen. Wurde echt Zeit für ein Rennen. Du willst campen? Dann hol's dir. Wenn du mich in der Stadt schlägst, trete ich im Canyon gegen dich an. Oh, ja. Ich bleibe in der Nähe, falls du mich brauchst. Ach, die fallen alle rechts, oder was? Was hätt ich dir jetzt ne kleine Überraschung gegeben? Hey. Ja. Hehehehe. Harmes Taxi. So. Das ist ein Boas-Rennen. Aber wir holen uns erstmal noch hier... den seine Gebiete. Der geht voll auf den Nacken. Kontrollpunkt drin, aber schon ne Weile nicht gefahren. Da haben wir eigentlich keine Probleme mit dem Nitro hier. ... vorbei. Stufe 1. Benz. Ich werde auf jeden Fall den RX-7, glaub ich, benutzen für das Duell. In meinem Canyon sind wir, glaub ich, deutlich besser dran mit dem Ding. Bäh! Ah, Pesowski! Ich freue mich so hart auf Horizon 3, das glaubt ihr gar nicht, ne? Ich träume schon von dem Scheiß-Spiel. Ich weiß jetzt schon, wie ich das alles machen werde. Ich werde euch auf jeden Fall mega gute Tipps geben, wie ihr ganz schnell viel Geld bekommt. Weil ich hab da jetzt schon einen Masterplan, Alter. Und sogar noch einen zweiten übelsten krassen Gold-Status-Masterplan, falls der funktioniert. Muss man aber dann herausfinden. Ist ganz davon abhängig, wie man, ob man jetzt wirklich eigene Strecke machen kann oder nicht. Wovon ich hier ausgehe. Wie die dann bezahlt werden. Wovon ich hier bin. Hello my little frien. Wovon ich hier bin. Langsam hat er ausgedient, der Mercedes hier, sobald wir den DW9er haben, ist es vorbei mit dem hier. Aber wir halten ihn in Ehehund. Der kleine Bruder hier vom McLaren, das ist Most Wanted. Pff, Bushido ist ein altes Territorium, ey, das kann uns gar quer am Arsch vorbeigehen. Ein Rundkursrennen. Zwei Runde. Neville, wo bist du schon wieder? Gib Gas! Mann! Rechts! Rechts! Links! Macht er, der schon wieder, ey. Den können wir ja noch viel. Ja Baby, dem hast du's gezeigt! Aufgepasst an deinem Heck! Sollte ich mal vorankommen und den Typ da wegpicken, ey, der ist gefährlich. Da ist unser Torpedo, Cleo! Was machst du denn mit unserem armen Auto? Also so wie du fährst, ne, wundert dich gar nichts mehr hier. Jetzt krallen die hier doch mal. Der kommt nicht durch die Boden. Vor allem mit dem Clio, weißt du? Geht doch. Hast du brav gemacht. Ganz durchatmen, wir haben Vorsprung. Okay, okay, jetzt lässt du's aber krachen. Oh, der ist ja gar nicht glücklich. Ah, okay! Noch ein kleines Stück. Okay, okay, okay! Das war doch zu einfach, oder? Also ich find schon. Komm, ey, du sei mal ruhig. Große Schnauze da, ey, und fährt gegen jede Wand. Sooo. Drei Rennen haben wir noch vor uns. Dann ist auch das Gebiet hier eingenommen. Vorausgesetzt, die holen sich nicht noch irgendein anderes wieder zurück. Ah, ihr Stupen-Penner hier. Ich und meine Stufe eins. Kalle, Alter. Und meine... Begrenzter Vorwarten aus, Alter. Verbinden wir alles, dass wir Space-Technologie. Hehehe. 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 Fahr schneller. Ich knall ja auch immer gegen die Wände hier teilweise. Aber ich komm wenigstens schnell durch. Der fällt direkt zu mir. Boinks. Schade, man hier keine Takedowns machen kann. Hehehe. Schade, man hier keine Takedowns machen kann. Schade, man hier keine Takedowns machen kann. Bleib mit Führung! Bleib mit Führung! Schade, Mann! Schade, Mann! Schade, Mann! Schade, Mann! Heiße, haben eine Meldung erhalten über ein Code-6-Fahrzeug. In Fahrtrichtung Norden. Einheiten im Umkreis bitte anrücken. Okay. Ich spieler, da kommt jetzt noch vom Ziehen. Jetzt fliegt es an dirmann! Nur an dir! Hehehe. He, Feuer einfach! Ist das ALLES, was wir so drauf haben? Tausend verschiedenen Hä? Die haben doch direkt wieder eingenommen da drin Das hat doch gar keinen Sinn Das ist ja voll unlogisch Ihr Spasten Das Spiel will mich gerade verarschen Jetzt werde ich aber sauer Schwerbehindert Das rennt gerade gewonnen Und die nehmen sofort wieder ein Wo ist denn da die Logik? Da bist du ich Solche Canyons werden geil In Horizon 3 Ja, 4 Das ist ja jetzt schnell War richtig fail gewesen Können wir nicht sein, dass ich den Renten fahre Und das dann direkt normal fahren müsste Als ob ich das verlor Den Canyon ist der echt nicht zu gebrauchen Ne, Mann Nein, Mann Boah, geht Boah, ne Ich kenne hier Dann wüsst ihr das Auto hier Nein Weißt du, weil ich mittlerweile Autos freigeschaltet habe Gratis sein könnten Richtiger Schleifer hier Richtige Schleifmaschine Hammer, ne Guckt euch die Scheiße an Die wurden direkt eingenommen Von diesen Piesenelken Ey, Hammer Kann ich direkt normal fahren hier Was für Sackgesichter Ich bin bereit Ich bin bereit Nein, ganz ehrlich Ich bin soweit Jetzt nimmst du die Chance Dahinten, dahinten ist er Die Inferno Die Inferno Spasten Der Typ, Alter Stopft sein Schädel In den Turbo, Alter Alter, Alter Die Wettler Die Wettler Bleib mit Führung Unverschämtheit Unverschämtheit Was für Sackgesichter 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 Geh wird ja nicht Ah, der Knie ruhig sein Eckantrieb Der V6 Wehe, da kommt auch wieder einer Hier dazwischen Und meinte, da müssen wir Das Gebiet sofort wegnehmen Ja, du komm mal hinterher Was für Sackgesichter Ist der jetzt da? Aber kaputt ist auch eigentlich Sau schnell durchgespielt eigentlich Sogar wo ich ääh Ich hab ja noch nie Speedrun davon gemacht Wo wir mit einmal so In 6 Stunden ein paar Gequetscht gespielt werden so, dann braucht man echt nicht viel Zeit dann bin ich durch die Abkürzung gefahren An alle Streifeneinheiten, es sind mehrere Beschwerden eingedangen über ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit in südlicher Richtung kann sich jemand mit in südlicher Richtung in Böse Ich bin ein bisschen hungrig ich werde ein bisschen witschig glaube ich langsam Hehehe Ach weiter! Ich blockiere die Typen! Klaas anscheinend ist Wain Die quälen um seinen alten Benz hier echt alles drin was reingeht also mehr Tune geht bei dem nicht mehr er geht nicht mehr schneller Naja genau, ausgerechnet Level erwischt er wieder weil er ist Die anderen beiden sind durchgekommen oder was? Zufürmer Nicht nach hinten, guck fahr einfach, fahr! Ähhhhhh Aua Erledigt! Klapp! Nicht knapp, aber es zählt! Ach, das hatten wir auch schon gefahren da drin So Guck mal, Clio V6 können wir uns selber kaufen Hey Hey TFK Du kleine Hure Du kleine hässliche Schlampe Das kann doch nicht wahr sein hier, oder? Also, jetzt wird's aber hier Mann, ich wollte die Folge beenden Diese kleine Schlampe von Wolf, ne? Den werde ich so hart rasieren Also, boah, ne Den werde ich auf jeden Fall seinen scheiß DB9 abnehmen Als Prinzip Ich mach euch rund jetzt hier Verpisst euch! Also wirklich Oh, ich tausche von rechts! Ey, der kriegt die totale Nitro-Dröhnung, ihr Penner! Alle Rufzeichen Ein Verkehrsteilnehmer meldet einen gefährlichen Fahrer Die Fresse, du dämliche Fatser, ihr habt die Schnauze voll! Und jetzt gesehen In südlicher Richtung verfügbare Einheiten, bitte melden Als ob du so schnell bist, verpichst dich Hat keinen Sinn, alter So viel Nitro am einsetzen hier Wie? Alle anderen sind hinter dir! Hammer, alter! Die gehen mir voll hart auf die Eier Wie die Eier für die Gebiete immer wieder einnehmen Leck mich am Arsch! Aaaaaah! Ok, ok, wir sind noch nicht durch Mit seinem Flio wieder Power drive So, ich schwör's dir, wenn du jetzt noch mal was einnimmst, ne, dann komm ich und hau dir in die Fresse. Geht doch. Wieso glaubst du eigentlich einfach so durch Fortuna fahren zu können? Das Gebiet gehört mir, alles. Ich geb's nicht auf. Schon gar nicht für so'n Spinner wie dich. Auf keinen. Also, ich und du auf den Straßen der Stadt. Wenn du gewinnst, nehme ich dich vielleicht mit in den Canyon, um dir ein für alle Mal ne Lektion zu erteilen. Spinner? SPINNER? SPINNER!!!